Wir haben ein gigantisches Plastikproblem auf unserer Erde und es ist Zeit, dass wir etwas tun. Und zwar wir alle. Und es ist ehrlich gesagt super einfach. Plastik ist mittlerweile überall in unseren Körpern, am Straßenrand, in den Wäldern und in den Tiefen des Ozeans. Doch es gibt neue Ideen, um die riesigen Plastikberge zukünftig zu vermeiden. Biokunststoff, der im Westenfall einfach verrottet wie Laub. Und das Beste daran, mittlerweile ist es möglich, einen Biokunststoff aus kompostierbaren Abfällen herzustellen. Und wie wir alle aktiv werden können, das am Ende des Videos. Clixoom Science & Fiction, hier gibt es täglich spannende Wissenschaftsvideos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's! Herzlich Willkommen! Es gibt wohl kaum etwas, was so praktisch ist wie Plastik. Es ist billig, es hält ewig und man kann es eigentlich in jedem Bereich einsetzen. Und genau deswegen gehen wir wohl so verschwenderisch damit um. 250 Millionen Tonnen Plastik pro Jahr produzieren wir weltweit. Allein in Deutschland entstehen 14 Millionen Tonnen Plastikverpackungen pro Jahr. Viel davon schwimmt im Meer herum. Ekelhaft, tödlich für Tiere und dann als Mikroplastik mit zahlreichen Schadstoffen am Ende wieder bei uns in der Nahrung. Und in der Luft landet es auch und dann im Essen. Es ist wirklich schlimm. Das haben sich auch die beiden Brüder Dane und Jeff Anderson beim Surfen gedacht und ihre Firma namens Full Cycle Bioplastics gegründet. Damit wollen die beiden Abwasseringenieure dem gigantischen Plastikproblem unserer Erde den Kampf ansagen und gleichzeitig vielleicht auch unser Leben revolutionieren. Was sie dafür brauchen, ist in allererster Linie organischer Abfall, also beispielsweise Essensreste, Müll aus dem landwirtschaftlichen Bereich oder auch Kartons, die dann kompostiert werden. Und zwar in einer eigens von ihnen entwickelten Kompostieranlage. Darin laufen chemische Prozesse ab und am Ende gibt es dann ein Abwasser, das sehr viele Fettsäuren enthält. Durch den Einsatz von Bakterien werden dann genau diese Fettsäuren in Polyhydroxyl-Fettsäuren, sogenanntes Mikrofett, verwandelt. Das ist eine zähe und milchige Masse, die man dann zur Verpackung pressen kann. Das Tolle an diesem Konzept, anders als andere Hersteller werden hierbei keine Extra-Chemikalien oder extra gezüchtete Pflanzen benötigt und wenn die produzierten Produkte nicht mehr gebraucht werden, nimmt ihre Firma sie zurück, um wiederum neues Bioplastik daraus herzustellen. Doch selbst wenn es in der Landschaft oder im Wasser landet, ist es dort noch lange nicht so gefährlich und schädlich wie das konventionell hergestellte Plastik. Denn nach Angaben der Anderson-Brüder verrottet es einfach auf natürliche Art und Weise vergleichbar mit Laub. Wow! Die beiden Anderson-Brüder haben für diese innovative Idee schon viele Preise abgeräumt und sie sind nicht die einzigen, die das Plastikproblem der Welt auf solch eine Art und Weise angehen wollen. Der Markt ums Bioplastik ist hart umkämpft und die Wachstumsraten weltweit sind gut. Biokunststoffe sind schon aus vielen verschiedenen Materialien wie Stärke oder Zucker beispielsweise produziert worden. Doch mit ernüchternden Ergebnissen sagt beispielsweise das Umweltbundesamt. Denn die Prozesse brauchen viel Energie, Wasser und doch viel zu viel Chemie vor allem. Das Fazit Bioplastik ist nicht gleich Bioplastik, der Begriff biologisch bedeutet in diesem Zusammenhang nicht automatisch, dass das hergestellte Material auch biologisch abbaubar ist oder auch ansonsten umweltfreundlich. Anders bei dem Bioplastik der Anderson-Brüder. Ihr Verfahren sei CO2-neutral, brauche wenig Energie und Wasser. Kohlendioxid wird bei ihrem Kompostiersystem zunächst sogar gebunden. Wenn die Produkte dann später kompostiert werden, wird es allerdings wieder freigesetzt. Der Prozess setzt kein zusätzliches CO2 frei. Doch was genau ist das Problem? Warum sind da nicht schon längst alle Plastikgegenstände dieser Welt abgeschafft worden? Die Anderson-Brüder sagen dazu realistischerweise, dass man bei Dingen, die sehr lange Zeit überdauern sollten, nicht mit Kompost arbeiten sollte. Ein Handy oder Tablet aus Biokonststoff wird es also erstmal nicht geben, dafür aber vielleicht andere unzählige Dinge, die eben nur einmal verwendet werden. Tüten, Einweggeschirr oder Verpackung. Damit sich das aber wirklich komplett durchsetzen kann, müssen solche Konzepte, Bioplastik herzustellen, deutlich günstiger werden. Denn nur dann kann mit der konventionellen Plastikindustrie mitgehalten werden. Doch die Chancen stehen gut. Denn der einzige Rohstoff, der gebraucht wird, ist eben Abfall. Im Überfluss vorhanden und zudem kostenlos. Trotzdem, bisher liegt der Umsatz von Bioplastik in Deutschland, wie in den meisten anderen Ländern dieser Welt, bei gerade einmal knapp 2 Prozent. Doch die Zahlen steigen. Das Labor der Anderson-Brüder wird auch gerade erst noch fertig gebaut. Bisher wird nur ein Kilo von diesem Mikrofett pro Tag produziert. Aber nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland wird an solchen Konzepten getüftet. Beispielsweise hat sich auch die Firma Biolutions aus Hamburg auf die Produktion von Bioplastik spezialisiert. Doch das Verfahren dazu ist anders. Die produzierten Verpackungen bestehen aus faserhaltigem Pflanzenabfall. Die Verpackungen von Gemüse und Obst beispielsweise bestehen letztendlich aus Bananenstämmen, Tomatenstängeln oder Zuckerrohrblättern. Werden sie entsorgt, verrotten sie so wie Laub. Dieser sogenannte Faserguss, so heißt das Verfahren, funktioniert auch hier ohne zusätzliche Chemie. Konkret werden die Pflanzenreste hierbei zu Nano- und Mikrofasern zerkleinert. Wird Wasser hinzugefügt, entsteht ein Faserbrei, der dann in verschiedene Formen gepresst werden kann. Die Pilotfabrik dazu steht in Indien, denn dort ist das Plastikproblem noch größer als in Deutschland. Pro Monat entsteht derzeit in der Fabrik knapp eine Tonne Bioplastik. Bevor das ganze Konzept marktreif ist, kann schon jetzt jeder von uns etwas gegen die gigantische Menge an Plastikmüll tun. Alles, was öfter benutzt werden kann, ist umweltfreundlich, also Mehrwegflaschen, Stoffbeutel, also Mehrwegtaschen oder einen Rucksack statt Einwegtüten und wir können auch einfach Produkte kaufen, die in Papier verpackt werden oder Produkte, die lose verkauft werden, in Dosen abfüllen und und und. Ich werde jetzt ganz konkret damit anfangen und ihr könnt mitmachen. Auf Instagram habe ich den Account get rid of plastics, werde Plastiklos auf Deutsch und da sammle ich alles, was es ohne Plastikverpackung gibt. Waschpulver habe ich zum Beispiel gefunden oder es gibt Seife als Haarshampoo in Papier verpackt. Hier draufklicken und schickt mir dort eure Ideen mit Fotos, ich veröffentliche sie dann und freue mich auf eure Vorschläge. Bis dann, bleibt dran!